Normalerweise würde ich eher sagen ruhig selber, aber... Let's go! Ein kleiner Tauchgang. Keine Erfrischung. Wird nicht schaden. Oh, ein Ertobener. Armbrust. Okay. Komm hier aus. Ich hab mich dauerhaft... ...parte nur versuchten. Ich tauch mal kurz wieder auf. Ich hoffe, das lässt mich die Rest scheitern. Okay. Such die Münze. Ein paar Schemen. Aha, da haben wir die Münze. Wir müssen jetzt wieder auftauchen. Es wird knapp. Was sind wir da dann? Nein, eine Bestie. Ein Unholz. Verdammt. Verdammt, wir sind zu schwach. Am Hauen. Alter Schweder. Nein, 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 nein. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt. Wir haben gleich nichts zu essen dabei. Okay, wir gehen direkt in seine Höhle. Das ist nicht gut. Nein, nein, nein. Hau ab. Ich habe gelernt, dass es springen. Sehr gut. Müssen wir den Weg außenrum finden. können wir kurz meditieren ja, können wir oder auch nicht aber es hat Heilungen gebraucht kleiner Umweg durch die Wälder die Besten sind nur noch zu schwach verdammt, ich habe das gefühl ich habe was vergessen na toll sag nicht, es gibt nur den einen Weg das glaube ich nicht die Münze würde ich ja auf den Weg kommen wir aber nicht rauf ich habe echt keinen Bock auf diese Bestien ah ja, hier sind wir oben haben wir zu hochgeschombelt sehr gut ich habe mir schon Sorgen gemacht irgendwas ist sie sind zurück was wollt ihr ich habe die Münze die du in den See geworfen hast sie riecht vermodert da kann ich nichts machen also, hältst du Wort? das tue ich immer, mein Junge zeigt die Münze dem Torwächter er weiß, was das bedeutet Marika, mach dir das Tor auf geht jetzt du musstest ja nicht in dieser Höhle rumtauben Stufe 25 ok wisst ihr was das heißt Silberschwärmend und Stahlwaffe ok, ja gut geht so ist auf jeden Fall besser hier, was wollten wir mal machen Chance auf Taumen ist glaube ich gut 306 bis 374 Schaden ist schon 374 Schaden ist schon echt geil beim Gini Moomen ich muss dir mal von dieser Zeuge erzählen ich bin nicht das, was wir haben ich bin nicht in der Wege zum Glück für ach so ihr müsst noch folgen ach so ihr müsst noch folgen ich habe dich schon mal gesehen ich kenne euch nicht das ist ihr das ist ihr das ist ihr aufheben Fremdzeichen sieht der Ort hier können wir noch ausrüsten sehr schön ich würde die Punkte ausgeben kommt der Punkte ich brauche mal wohl 3er nicht 2er es ausschaut um das zu machen ich würde sowieso erstmal hier da brauchen wir 2er vom Wirbel mache ich erstmal das hier so die so hell das heißt nicht wie bitter das heißt hä beschlossene Schlüssel benötigt, ich dachte, okay, dann zieh ich auch mit, in die gar nicht verdächtig aussehende Höhne, naja, da sind die E-Kräften, naja, das ist eine, das ist ein Traumenteil für den Dein Name spielt keine Rolle, auf dem Gipfel verlierst du ihn und bekommst einen neuen, du kannst gehen Und du? Ich habe die Prüfung bestanden, hier ist der Beweis, erkennst du das? Der Aureen der Verächterin, ein Todesurteil Das war nicht schwer Ziemlich harter Kerl Nö Tja Entscheidend Verdammt, wir spielen nochmal Nö How about a nope Oha, was ist Kampf Wir beide wissen, dass das nicht stimmt Hör auf mich, nur dieses eine Mal Aber Kein Aber Der Bosskampf muss von Yira jetzt Gut, sei vorsichtig Und der Feuerwehr von Ciri Echt geil, wir haben Bosskampf Können wir erstmal den den Teufel drucken Obwohl nicht Ich muss da runter Okay, mit Ciri Ach Mist Ich muss wohl springen Tschö, One Row Oh, okay Und das Token Okay, thanks 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 da da Er lebte ein Leben der Liebe und kannte keine Bitterkeit. So sehen wir also verwandelt daraus in der Originalform. Wir werden es wahrscheinlich gleich noch sehen. Was ist der Kampf gegen Mumu? Ah, ja. Da sind sie in der Ecke erregenden. Ich habe euch vorgewarnt, falls ihr gerade was esst. Genug geschwätzt. Na toll. Der Feuerball funktioniert wohl nicht. Ich muss mich nicht scherzen. Verdammt. Das kann ich hier nicht tun. Oh kacke. Ich habe kein Essen. Ich muss heilen, indem ich abhauere. Die eine habe ich schon mal. Wir müssen ausweichen. Die Flüstern hatte ich schon. Ah, verdammt. Nein, 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 nein. Das glaube ich aber auch, dass ich jetzt sterben werde. Ist zum Tod. Okay, die zweite hatte ich fast. Okay, ausweichen uns. Ausweichen ist die Kunst. Oder draufhauen ist eigentlich fast auch, wenn wir komplett geheilt sind, müssen draufhauen auch klappen. Schade, dass wir den Feuerball nicht machen können hier in der Höhle. Das wäre jetzt. Nein, ja. Schauen wir mal. Ich muss da runter. Ach ja. Na toll. Ein toller Checkpoint. Ops. Run hier. Den sollte man nicht so häufig verlieren. Das Ausweichen draufhauen. Ja, die nahaufnahmen brauche ich nicht nochmal. Abhauen, 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 weg, 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 weg. Ja, ich werde noch ein paar Mal sterben. Ja, ich werde noch ein paar Mal sterben. Denk ich auch. Ah, wo ist die hin? Weg, 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 weg. Also hier ja mit Sicherheit aber jetzt. Da ist noch ein Kreis rein. Na toll. Okay, der eine ist tot. Weg, 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 weg. Oder auch nicht. Eine ist fast tot. Nein, nicht den, nicht den in die Hände rennen. Okay, eine ist tot. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Videospiele sind auch so selten, am seltenen, dass man während des Rennens heilt. Wenn ich renne. Nein, 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 nein. Sie müssen taktisch gehen. gehen. Wir müssen die Stunden lang rennen. Um Heilung zu bekommen. Was sehr, sehr lange dauert. Wenn die alleine stehen. Nein, 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 weg, 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 weg. Verdammt. Haben wir irgendwie ein anderes Ding zum Heilen? Sturmangriff halten. Das ist eine gute Idee. Witzangriff halten haben wir auch. Okay, den Sturmangriff und den Blitzangriff sollten wir mal versuchen. Sonst schaffen wir das nie. Ich denke, den Kampf versuchen wir heute noch zu schaffen. Klicke auf mit Geralt, der wird hier noch heftiger. Ein bisschen Sturmangriff trainieren. Müssen wir wieder ein bisschen schwimmen. Ich muss da runter. Sturmangriff halten. Ich glaube, hier noch nicht so. Unschadet links. Das klappt ja gar nicht. Das klappt ja gar nicht. Ah, immer wieder los. Los Autos ich hier zu roboyам. Schein paliert werden. Ich denke, ich geb dich an. Ich banns immer noch ab. was das bringen soll stromhandgriff kapier ich noch nicht nicht zu scheiße für der kampf ist nicht ohne wenn wir nicht ein kommen Ich bin ein Zeichen. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ich bin die erste Mal besiegt, sehr schön. Ja, sicher. Nein! Ich kann es jetzt nicht tun, das ist schlecht. Komm ab! Oh nein! Nein, 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 nein. Immer dann bin ich, wenn ich es geboren konnte. Mit Kuhngriff beherrscht ich noch nicht so gut. Okay, fokussieren und... Verdammt, warum hat das nicht geklappt? Verdammt! Ich bin fast tot. Ausweichen, 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 ausweichen. Els ist ausweichen. Das ist gut. Verdammt! Das wird heute nichts mehr. Langsam perfektioniere ich das. Kann man, naja. Den Kuhngriff müssen wir trainieren. Den Bitsangriff. Ich würde sehr gerne heute noch schaffen. Das wird echt schön. Ich könnte beruhigt schlafen heute. Diese verdammten Mungen getötet jetzt auch. Die Ladezeiten an der Weg dorthin. Das ist ein bisschen... Naja. Ich verstehe noch nicht, wie man den bedient. Wie kann man anfährt? Ich greife den Stein hier an. Kann man irgendwie von beiden Seiten kommen. Hm. Das hat bei der... Bei der einen und bei der fetten Mungen auch schon geklappt. Aber mit der anderen beiden... St Essentials Verdammt! Ich könnte nochmal ein Save Point setzen. Das hätte ganz blöd gewesen. Dieравствуйте! Die regain. Eigentlich, dass die immer den Erstschlag kriegen. Die Brauerin oder Brauerin, wie sie heißt, ist eigentlich relativ leicht zu töten. Ach, da muss er sich im Kreis befinden, der Gegner. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das geht nicht, verdammt. Chaos hier. Erst die Brauerin besiegen dann die anderen beiden. Nein, verdammt, 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 verdammt. Das war aber gut, der Angriff. Verdammt. Der ging in die Hose. Alter. Alter, Alter, Alter. Und Q. Nicht im Bereich. Verdammt. Und Q. Verdammt. Und wieder nicht. Die sind gelenkig, die kleinen Flagsfächer. Dichsfächer. Die müssen wir, glaube ich, so an, austauschen, ausknipsen. Dichsfächer. Dichsfächer. Jungs. Die sind jetzt schon drauf. tot zweites tot schnell können die gar nicht gucken von hinten oder du nice mit einem schnellen angriff hat es geklappt die movement sind hoch und die movement sind hoch und oder auch nicht Das ist nicht überhaupt nichts trotzukriegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017